Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Glasaufsatz Ihrer Saladette oder Aufsatzvitrine aufbauen können. Befestigen Sie zuerst die Glashalter an der Saladette. Die Glashalter und befestigen Sie diese mit den Schrauben an den Haltern. Setzen Sie dann die beiden Seitengläser ein und befestigen Sie auch diese. Musik Befestigen Sie nun die Halter für das obere Glas mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben. Schließen Sie jetzt die Lampe an und bringen Sie die Kabelabdeckung an. Musik 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 Sie können dann das obere Glas mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020